Hey Leute und herzlich Willkommen zu Insanely Twisted Shadow Planet. Während des Spieles Pause 1 drücken, um GameStop Windows 3 aufzurufen. Toll! Mr. ManoPlay, angemeldet. Toll! Und wir drücken auf unserem Controller, um zu starten. Das ganze spielen wir mit dem Xbox-Controller. Hier, ich habe gerade vorher probiert, herum zu tun. Allerdings, ja, oh, ich muss noch X-Patter ausmachen, fällt mir gerade auf. Das habe ich nämlich vorher probiert. Hier, X-Patter ist aus. Und da geht es auch schon wieder los. Oh, das ist trotzdem noch mit dem. Oh cool, super. Äh, LS, was ist ein LS? Oh, das war LS. Toll! Na gut, dann gehen wir einfach mal hier schnurrstrasch in Spielen rein. Schauen die Kampagne an. Klicken auf neues Spiel. Ich habe es ganz kurz... Ja, wir sind nicht angemeldet und es werden nicht in die Bestenliste aktualisiert. Toll! Ich habe es ganz kurz mal vorher angeschaut. Und bin jetzt still. Und bin jetzt still. Ich habe es ganz kurz mal hier schnurrst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und müssen anscheinend die Welt vor dem Dunklen retten Inventaranzeigen RB gedrückt halten Oh cool Auswählen, RFs verwenden Ö Ach Okay Und da kann man dann auf irgendwas packen? Oh B verlassen Das war nicht B Zielfokus B verlassen Ich sollte mir mal kurz die Steuerung anschauen Hier Hilfe in Optionen So wird gespielt Steuerung Xbox 360 Controller Hier Geräte schnell wechseln Inventar Gerät verwenden Gerät bewegen Schiff bewegen Inventarkarte Okay Zurück, zurück, zurück So und hier kann man das dann bewegen Beliebig Und wo hat man das? Da hat man es verändern können Okay Ja also wir sind dieses Raumschiff Wir können hier rumfliegen Unsere Wände stoßen An der Decke anstoßen Was man so gerne macht In der Freizeit Tut uns das weh? Nein Und wir müssen denke ich mal das scannen Ja Okay Das Ich habe keine Ahnung was das sein soll Ach Jetzt ist was geöffnet Oh Ah jetzt kommen wir nach draußen Denke ich Oder? Ja Eine Lichtkugel hat überlebt Und ich denke mal Diese müssen wir jetzt da finden Bin ich ja mal gespannt Oh da ist sie Dann schaue ich aber mal da rüber Weiter rauf kann ich nicht Äh was stand da? Kann ich da irgendwas scannern? Kann ich nicht? Kann ich nicht? Äh Nein kann ich nicht Okay Die ich kann nicht aber scannen Der Äh Scannt gerade Oder? Ist das das Zeichen für Scannen? Ach da brauche ich Ein Laser Wie es ausschaut Und was ist da oben? Da ist so irgendwas Was ich brauchen könnte Glaube ich zumindest Na dann werde ich da mal reingehen Was bist du? Kann ich dich scannen? Nein kann ich nicht Kann ich dich scannen? Nope Äh ich bin mal gespannt wie ich da so Mit der Steuerung zurecht Ist da unten irgendwas? Wie ich so mit der Steuerung zurecht kommen werde Bin ich richtig 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 gespannt mal Ich glaube ja eher Nicht so wirklich Dass ich das schaffen werde Zumindest nicht so gut schaffen werde Hallo ich will da hoch Oh komm schon Warum lasst du mich nicht da hoch? Da hätte ich hingemusst So jetzt habe ich es Hier nach oben Kann ich dich scannen? Kann ich dir irgendwas scannen? Ich will was scannen können Was bist du? Oh Gott Was ist das? Speicher Speicherpunkt Und das da Ist der Laser Ui Du kannst den Du kannst den Den Gerät Jederzeit Hotkeys zuweisen Den Geräten Äh hier unten Das mache ich mal auf A Und das da drüben hier Da Da Mach ich auf X Was ist da drüben? Man muss sein A Hallo ich will nicht in die Karte wechseln Hier Hier Alter Hallo Ah Hallo Nein Ich habe das Definitiv auf A Angelegt Dich kann ich so scannen Nein 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 Nicht dich Nein Nicht dich Dich Du hast meinen Meteoriten abgeschossen Okay Sind durch da Kann ich dich scannen Okay Ich komme noch nicht so ganz Mit der Steuerung zurecht Hallo was macht ihr da Du hast auch noch mehr Theoriten angegriffen Und du auch Okay Hey ich wollte dich scannen Was macht ihr? Heilung Flieg da mal rein Gut brav Äh Die Geräusche mag ich ganz und gar nicht Nein Ich wollte dich nicht scannen Dich Du kannst vernichtet werden Und du Machst Raumschiff kaputt Und kannst mit Laser vernichtet werden Okay Äh Hier Joa Das ist so ein bisschen Gewöhnungsbedürftig Mit dem Xbox Controller hier Allerdings Ja Kann man ja mal machen Ja Da bist du tot Da schaust du So Und was ist das? Entwurf 24 Zu extra Sie sind gut zugefügt Eins von 24 Eingesammelt Oh ja Äh Hier Ich will dich scannen Du Kannst Steine Aufheben Herzlichen Glückwunsch Das will ich aber Oh Gott Das will ich aber auch können Hier Jetzt bist du kaputt Jetzt schaust du Da kriege ich auch was Ich kriege einen Greifarm Nein Hier Nein Ich muss das dringend mal ändern Die Belegung hier Greifarm Kommt jetzt auf Greifarm Kommt auf was Greifarm Greifarm Kommt auf B Schießi Kommt auf A Ich will nicht Ich will nicht dass die Karte Auf A ist Hier kann ich da nicht irgendwie Die Die bei der Steuerung Für den Xbox Controller Was ändern Ne Toll Ja dann kann ich A nicht verwenden Dann mache ich schieß sie auf y und scanny auf x passt oder scanny schieß sie greifei Und wenn ich da jetzt so hier das nehme Oh Gott Oh Gott Ich war es nicht Kann ich das auch nehmen Nee Find ich ja cool Du kannst mir mal helfen Okay ich kann schon alleine Hier ich will Nehmen Nehmen Neh Neh So Fertig genommen Okay kann ich hier oben irgendwas Ja kann ich denke ich mal Nein okay Aber kann ich den da greifen und wegziehen Ja kann ich Aua Ah Zizi Zizi Hallo Zizi Mach boom 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 Okay Das war jetzt Nicht vorhersehbar Schnell H Zizi Nennen wir dich einfach mal Oh da wärst du kaputt Warum kann ich Zizi nicht Ach Zizi ist gar nicht mehr Shortcut Gemacht Dings Y Ceylan Zizi 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 Zizi